Ja, wenn wir in den Fernsehen werden, dann werden wir so, wo ist denn sie da alles an? Ja, genau. Kunja, klick nur jetzt in ein Bild, warum du so wo ist denn? Hartlich bei Kim bei Harkinsen, in unserem Fraschen-Podcast. Dilling, wann ich bei Ute Jessen? Und hier war es die korteste Vorsatte von der Friese vor Ihnen. Aber der, wann wir den Linguä schnorkeln, dann endlich, wann wir den Lachen schnorkeln. Ja, ich habe mir ein Leid gewundert, als du mir interessiert hast und sagst, du weißt, wir haben einen Podcast gemacht, wie ich dachte, was soll ich dann dir erzählen? Ich habe mir gar nichts zu erzählen, aber du sagst, dir finden wir noch was. Ja, vielleicht vertälst du esen, wer du Jort kamst, wer warst du zu leid? Ja, ich bin in der Leid zu leid, dass ich leid bitte vor, wenn wir sie hören haben, und auf dem Börre stehe, und die haben wir taugrote Sischne, in der Rot-Süste, in der Roten Braude abwöchsen, und das hier natürlich geht, wo sie lasst, wenn man vertägen werden, was ich eigentlich zu finden. Wie schon, wie schon, ja, okay, aber nur, als ich dann leid grüder war, dann kann ich nur sehen, dass mein Grüter so schnell, wenn ein Leid mehr, hilf ich schon in der Börsenmünze, als ich. Und dort, ich vielleicht auch ein Leid mehr, muss das ja. Das ist ja auch oft, wenn du mir leidst, dann habe ich da grüder, und alles durchbockst für dich. Ja. Ja, also, ich weiß eigentlich, ihr hätt, hm, ihr wisst ja, konntest ja, aber konntest ja einen dort ollen, aber ihr hättet auch eine Nummer. Hier wird ja ollen und ollen Leid kommen, aber hätten dann, hätt ihr natürlich, die ohne Lasen, in den Schöldern, jeder ab, wenn ihr irgendwas ein Maut hinschöldern möge, in Hilfe, und so, ich tust dann ein, aber bei mir hättet es dann abgeben. Ja. Ja. Und ich wusste auch, die Leute, die Leute frech, wo es vielleicht, also ich wuchte auch ein bisschen, was ihnen mein Tate zu sehen, oder ich witte in die Pause, und dann biegt die Leute, am Ball, und so, und dann hab ich gesagt, die Stuckwachsen, ich dann irgendwie, der Kehren fühlt, und so, die Stuckwachsen, und dann schüttel ich auch ein Lied, und mein Gang. Und dort hätt ich mir inzwischen was einmaut. Nee. Das ist schon mutig, würde ich sagen. Ja. und so, als Jungs, da war Börsch, hättest du dort gefehlt, dass du irgendwie zu Kord kamst, oder so, oder? Ja, also, als La Züste hättet mich auch nicht gefehlt, und da hat man ja voll mehr, und lange Abläufe, und was will ich, und früher voll mehr, aber, ey, das klingt doch was alles ganz gut. Also, und der Grotte, wir hätt dann jörgol in Tuschöl, und das was, also, bei uns Neibern, der hätt der vier Funde, und die Jungs, was jetzt der Ölglaßig, Sonja, und wir hättet dann, die hättet noch ein Pianetöne, und dann hättet wir, wie die Fumaddi, man auch das Spalze, also, wie der Ton gekon, und er war einfach voll. Das haben wir erst hier bei Mewin, oder ich bei Ha, und Ha-Mam, wo ist ein Flüchtling, und die schnarkt ja natürlich Tusch, und der Tonk, ich auch so, dass ich dir Tusch liet hef, und man Sonja dann Tusch schnarkt hef. Und bei uns, wenn ihr Frasch schnarkt, dann hat Sonja dann jeweils auch Frasch liet. Ja, 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 die schnarkt auch Frasch, also die Nelva, die schnarkt auch Frasch, aber der und Hös wird schon schnarkt. Ja, und der habe wirklich ein ganz fein Pianetöte, das habe ich gesagt, von einem, das wurde ganz idyllisch, bei mir, oder bei Haschbald, und ja, und wir sind noch befründet, also wir sind noch ein Boll-Town-Systi, und wir sind eigentlich gesund, wie wir haben, und wir sind Freundinnen, und wir haben ganz ünliche Wege gemacht, also wir sind noch ein Boll-Town-Systi, und ich habe hier studiert, wir haben eine Übbildung gemacht, und wir sind, also wir haben die Gründe, die wir wegnehmen, aber wir sind noch in Kontakt bleiben, also das Bian oder die junge Form, die haben auch ein Boll-Town-Systi, so ein Leid, die Kontakt zu TORB fangen, dann ab John Schöll, wo es so ein Leid isoliert von TORB, und bei Sonja bin ich dann an der SV Friesia, wie ein TV Friesia Lindholm, hier ging dann schon Leistungstouren, und so mit Barren, und all diese Scheiße, ich könnte auch gut ein, aber ich wähle das dann, ich wähle das dann auch, und dann eben, ich finde das ganz schrecklich, ich hätte auch ein Lob, aber ich fand ja dann jemanden, dann leid ich dir davon, dass die auch konvertiert werden, ja, und dann habe ich auch, als wir dann in Oller werden, habe ich eigentlich einen Tau klicken, ich habe hier TORBs klicken, wir haben dann, man zu bewusst, und dann habe ich auch hier klicken, was dann in Pflanzbuch, was soll, und dann wusste ich dann ganz auch, da schau ich dann heute, wie sie bespust ist, oder sehen, alle Fäden mitnehmen, alle Fäden mitnehmen, aber taun sie es, die ihr befründet, also ich meine, so ein Labelung sind das, ja, also wenn, wir drauf ist, ne, aufdenken, muss nur just list, wieder bei Haar, ihn, taute ihr aufdenken, ja sie, wie es geht, ihr Brudernei, aber dann haben wir, haben wir einen Sauna, ihn bei Haar list, helfen wir dann, und dann, ja, das haben wir bis zur Linie, und dann sehe ich, eben so, muss ich denen sehen, wenn ich, wir lesen erst, und dann kriegen wir im Klub, wo sind Hulwe Tau, und wir heben bloß, schnork, die wir dit, ja, und was nix, also wir heben das Ei, anschwegen, also wir heben es dann auch, auch in Fohle, zu verteilen, und wir ist dann, wie es 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 dann, schnorken, ist alles wie früher, ja, 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 und du hast verzählte, was ab dann, schnorkt, ne, ja, ich war nie, ein riesen, ab schnorken, ein riesen Schöl, bei Marie, wenn ich inschaut war, und wir werden, also bei den Schaun, tauchf um die, ja, also, da muss ein Netter, hat ja, und ihr schnorkt, ein, ich sehe nix, und schnorkt, eigentlich ein Ei schnorkt, einmal der Bjarne, und einmal der Wöchse, darum schnör ich dann, und ich hebe mir dann, auch so toller grotere Hüllen, was da die Klasse Orme werden, so, die hebe ich dann mal spalt, ja, der wusste ich dann, für ihr, und dann, die helfe, to je, tät noch so weit, als Orientierungsstufe, der wir, während der Bjarne, dann summelt in Neibel, Mel im Trin, hat dort, in Neibel, in Dornschöl, da kommst dann von Leck, in von Rissen, in von Humtrop, in Gonze-Fünfzies-Klasse, oder da, was dann wiedergungen, schein für Licht, da komm der Hane, ja, da komm ich dann ja alleine, von Rissenhane, aber da hebe ich dann auch, Wolf, auch, oder Fönden, in der Fönden, die wusste ich dann, taue ich, und dann, ich da Pflanz, wo ich auch, du warst, in der Schölle, dann ja auch meine Buss, die mir an, am, ich wieder, also, mit Oller, ne, wie an der Wagen, voll in der Bause, wenn ich, wenn ich, Lies Schölle, wenn ich, so kleine Kugel, oder so, und dann, die meine Buss, rein, dann auch, da, lebst dann in der Buss, an der Buss, ja, ja, da heisst, ein Fohle, von den Lagen, an der Buss, verbrucht, das heisst, ja, so, und ihr, oder, der Lung, ja, Ackenday, Ackenday, boah, ein Wort, und du, was an Pflanz, wo, heisst du, an Donch, auch, Tuschalup, gekölt? Na, das wusste noch, also, der wusste, grenze noch, der hätt um noch, goe, so, tog, zu, also, ne, da, da, hat sich, der Tonnel, gonger, he, der wusste, einfach, grenze, an der, was Donch, das hätt um, dann noch, goe, entholt hat, hat, da, 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 noch mal, ein Seil, kamen, so, he, wie, der boe, aber, ich, vielleicht, wenn ich, da, 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 lez, du, ja, sehste, hast, was, dann, irgendwann, ist, if da, pflanz, boe, ja, also, als, als, ich, dann, dann, wann, ich, januar, dann, was, dann, den Schnaps, beliebt, wenn, krass, nie, ja, 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 will ich, endlich, so, was, als Bewährungshelferin, wurde, und, irgendwie, in Gefängnis, auch, immer, ganz, schwere, volle, und, so, was, man, teilt, eigert, fünn, na, kann ich mich, tanken, wenn, la, doktor, der, mal, da, in knast, ist, oh, ne, und, da, war, da, noch nix, ich, fang, dann, eigert, studi, vorn, na, wä, da, wä, nix, und, dann, ja, dann, bin ich, anfang, lehrer, zu studieren, also, da, wos, na, ein, diplo, von, anfang, anfang, a, lehrer, wo, dewey, aber, plan B, ja, aus, a, dat, hinst, ne, an, pflanzbäu, hättest du studiert? Ja, ich, da, in pflanzbäu studiert, da, wad, mei, abimaut, hebe, man, ich, wund, dass, die, auch, lehrer waren, aber, da, morse, hebe, dann, in dorn studiert, aus, ik, wäld, dan, also, wanne ik, dan, lehrer, vord, schölder, wälde, ma, frasch, lehrer worde, ja, an, dat, keih, hum, tohjotit, bai, pflanzbäu studiere, dan, hebe, der, frasch studiert, en, da, wuss, dan, noch, ma, mo, wilts, en, der, hebe, we, ferringemaut, e, kuhn, e, ferringen, schnock, ab, kuhn, 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 verstände, ja, kuhn, e, 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 an, e, Ja, und dann hast du hier Klor studiert, wie lange hast du studiert? Ja, das war schon in der Universität, ich bin normal, also ich bin so ein, so tun die Semesterbrücke. Die Linke guckt doch dir auch gar nicht mehr, ja. Nö. Und dann habe ich hier ein Referendariat gemacht, ja, in Neuschöspel, und da war ein Grund- und Hauptschule mit Realschulteil oder sowas. Ja, und ich bin dann bei der Grotte, der Donch unterbruchte, die dann, ja, habe ich mir in einer Klasse. Und das wusste, also das sind wirklich das Tauschwurst, die ihr, mit den Laben wählen, doch der Referendariat. Und der Olden unter Druck, also den Olden wird wisse schallen, dann kamen wir da hohen, kickeln, das ist was Schribbeln. Ja, das ist so ein Vernehmung, also wusste ich aber einfach, dass ich immer da war. Ja, 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 ich kann ja auch ein bisschen Freunde von mir sind, die auch Lehrer werden, und da haben wir das auch seit. Und das ist ja eigentlich, wenn du dann wirklich Lehrer bist, dann ist das ja alles. Und das haben die Orbe, die immer manchen, oder das haben die Bjarne, und dann haben wir eben so ganz was aus, und dann steht durchgeißen, oh, ja, nein, ja, ich schnauke, oder wird die Hühner sterben, und dann kommt alles ganz aus. Ja, stimmt, da hast du ja einmal in Plon, wie so drei Minuten Begrüßung, und dann, ja, Hund ist gestanden, das ist dann blöd. Sposi, aber auch, dass er heute noch so ernsthaftig ist, also, was er dann öffrautet worden, dass er vielleicht einfach bloß sehen, wann dort er da kohnt. Ja, du blöd, du kohnt, ja, ja, natürlich, das haben sie natürlich gesehen, und dann steht ja auch der Liedmühle, steht ja, formulieren, und so, was ja dann lirisch an, ja, der Stöhne, was da bei Röttkärme schallt, und so, das waren sie natürlich gesehen, wie wir um das Kuhn. Ja, und dann, wo sich der taue, ja, dann wird der immer klar, ähm, der habe ich dann auch gar nicht in Fraschen geachtet, ja, ich meine, das auch gesprochen haben muss, aber der wusste dann nicht in Fraschen, nein, Schüßball, oder, heißt du, dass ich das erfahren, wenn ich eine Trefferei hatte, machen kann, und dann wusste ich, dass du Jüttet ganz Mann in die Rehef, heißt du, es nur, und du musst auch sagen, oh, hau, hau, ja, vor, was, ja, all, ein Job. Ja. Än, ich fäng, dann, was ein, wenn, von den, äh, Schüß, sitten zu erlegen, und bei Grönscher, irgendeine Schwangerschaftsvertretung, äh, äh, ich wusste dann ja auch all den, ein Pflanzbräu, wenn, bei der Schölevereinigung, ähn, mit der, all diesen, ein Spalbruch, den sind mir, jötet auch, und ich, äh, war ja am Anfang, also, ich, äh, ich, äh, Tönschäu, äh, Kühe, Tönschäu, alles. Ja. Än, äh, ähn, jötet ihn sich, ähn, legt ihn weg, ja. Äh, und der, weil ich dann allahne, aus, dann, weil ich noch, ich so, anzitiert, efter Pflanzbräu, und, äh, und, der, steht mir, in der Saal. Ja, dann war ich der Orkjahrt und ich habe mir die Vorstelle und dann habe ich gesagt, ich habe noch einen Schall in Westerländen und ich habe einen Schall bei Bieseschall gewesen. Und dann haben wir eine Bieseschall, die da rediert. Da wollten wir dann auf und mit dem Lehrerdeutsch in Absaal sind wir dann und dann fangen wir ja, das ist in Gammeldansk, also Lanschnaps, das kommt es witzig an. Und dann haben wir ja noch, ja, wir haben echt nötig, ja, und dann war das so, dass ich dann Absaal einfach war. Und dann wusste ich dann, ich wusste auch noch so skurril, ich schaue dann auch, die in der Datebank dann in Kite im Anfang, wo es ja drei Stunden, dann schaue ich irgendwie auf das Seil kam. Und dann hängt es dann ein Taxi-Kerrer, ich geh da wusste, die älteste Taxi-Kerrer auf das Seil, die wusste Tati oder noch was, und dann schaue ich mir dann auch in die Haare herkären, so oder so, und dann hätte er mir auch wenigstens vergehen, in die Karte wie, oh, nee, das wusste, das wusste auch heute Abend, teuer. Ja, dann fange ich ja mit Jaspian, dann werden, wusste ich dir ja, drei ihr werden, ja, dann öfter das Jaspian, also die habe ich dann ein Hulliwier erzählt, wo er anfängt, auch noch wieder auf das Seil, mit der Tweetbianern kommen, taue ihr Leser, und dann habe ich dann der noch ein Hulliwier, also ich auch wieder ein Hulliwier erzählt, wo er anfängt, dort schaue ihr zu ihnen gemacht, und dann wusste ich mit der Bjarne, also das wusste, das war super, ich kann sagen, dass ich dir dann, wenn ich dann, wenn ich dann schon erforscht, dann wusste ich bei ihm bleiben, aber das war die Zucht, das wusste ich dann auch heute, woher dort ihr, oder vielen dort ihr, wusste ich auch heute, als sie dort die alten Karte haben, wenn du dann Bjarne bei der Hulliwier hießt, also ich habe einen Mund, was er an der Bjarne kümmern hat, aber legge sie sich jetzt dann ja, wird dann ja auch zu höchst, ne? Ja, ja. Gehen dann ja auch an, also tschölt, und dann habe ich ewig, auf der Tweetbianern seid so eine neue Karte vorstellt, und dann wusste ich die in Breist, und die habe ich wieder beworben, und die haben dann auch zu selten, dass Christiane beworben, und hier wusste ich das in Rissen. Und dann wurde das so eine Rokade, und Christiane fängt dann dort, hier stehe in Breist, und dann war ich hier ein Rissen frei, und dann kann ich öfter Rissen. So kommen sie dort, dass ich öfter Rissen kommen, also in Glück. Ach so. Hier wird mir die Göhne beworben, das muss bloß auch, dass dann so... Oh, ja, schafft das ja. Ja, so zu sehen, ja. Witzig. Und dann warst du der, wer da lernt, wer da anfangen warst, so zu sehen. Ja, dann bin ich wieder zu Bieg, der will ich, ja, wer da anfangen waren, ja. Und der bin ich dann ja geblieben, mit, 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 ja. Ja. Ach so, dann hieß du, den Bjarne hieß du fünf, dann hieß du hier noch Goi-Arbeit anrissen. Ne, den wusste ich dann noch aufs Saal. Ja, ja. Und du hießt ja auf der Pfostlein, wo geht. Ja. Und ich weiß ja, dass du die Gläsergruppe, Madame Moon, der Korf hießt, ey. Wann hebe ich am da dann noch was? Das hebe wir dann laut, als ich klar muss man trifft in der Reade. Nein? Genau. Ja, dann hebe wir die Korf. Ich bin ja nämlich heute vorbeikärrt, als ich trifft in der Reade, wo es hebe wir in Pülspül, wo geht. Und das ist bei Oktober. Und dann bann ich dir euren, aber wei tut, if der neue Schafsburg bann ich dir euren vorbeikärrt, ne, der Korf, ja, am Tov, dort ist ein Kuppelschirr. Und dann, ja, auch ein Tag nicht mehr dort wehen weise. Dann werden wir dann höchst Kuppel, in meinen Monas hier Schlosser, in der Welt der Hollenbergsteep erheben. Und dann muss die Gläsergruppe verküben. Als wir dort dann vertiert haben, wir finden, mein Oller noch wieder ein, Gött, oder so ein Riesengebüter. Ja, das hebe ich auch gesagt. Also, wir sind Riesen, also... Riesen, Riesen. Ja, weil mir eine Frau sagt, aber mein Mann war ja jung. Und wir haben dann Tagima, die haben dort euren gekügt, als Gutachter, so das sehen. Hier ist hier Hammer-Mundsmeister. Ja, genau. Und dann hier hat er noch gewissen gekügt, im Zelt, und dann, also, ja, das ist, das gehört mal, das ist nicht schell. Na, aber hier, ja. Und dann hat er hier auch noch höchst, den Boden öffnet, zu packen, und dann haben wir die Gläserkuh gekauft, und dann, ich will ein, und ihr Läser fangen wieder Bescheid vom Kreis Nordfriesland-Denkmalschutz an, die würden auch noch den Denkmalschutz steigen. Also, die wusste ein, oder den Denkmalschutz, als wäre die Korbtebe. Ach so. Und dort kommen, oder ihr noch hier der Dörrfahrt erst, also, die wird direkt zu der Ströte kommen, so ein Dörrfahrt erst, und wir sind gerade auch, wenn wir um ihr Dörrkehre gehören können, oder direkt bei der Ströte. Wenn du von Tannin stehkommst, dann kommst du dir ganz hin, in die Rindkicke, öfters zu der Lägen, wenn der was kommt. Ja. Oder die Dörrfahrt erst. Und dann werden das Straßenbauamt, die werden zu meinen Unfalle, da werden dann halt, dort aufraben, oder ein Stück zu basic, wird ja die Dörrfahrt. Ja. Und die haben gesagt, okay, ja, wenn das hier beteiligt, können wir mal sehen. Und dann ist der Denkmalschutz, der abmerksam war, dass die noch so essen, und das schnell so behören wurde, und wups, war das alles nichts, und dort kommen wir den Denkmalschutz. Und wir werden begeistert. In Tüdelchen. Ich liebe dich dann, denn wir werden ja was noch ein, Klo mal renovieren. Nein, nein, wir werden noch ein. Wir haben dann zum Glück eurer Wann in die Bahn, und dann haben wir einen Plastikwann dringend. Aber das sind ja auch mal eine Wann dringend. Ja. Aber dann hättet ihr vom Bahn, mussten wir dann wählen, dort sind auch, als wir dort wenden waren, voll, aber vom Bütten ein, wo sich dann hier der Werk steht, da haben wir dann auch eure Genehmigung, davor, aber hier mussten wir ein, bitte noch irgendein Büro, oder irgendein Hölz, wenn wir den Bus anstellt haben, da mussten wir alles ein. Und dort mussten wir einen dort schön wählen, aber da händen wir nie ein Gehl. Da wusste ich auch just, wenn die Wehen. Ja. Und dort kommen die Gehlgänge, ich dort aus. Ach so, also so Unterstützung, da sind wir bloß, da sehen bloß, was wir alles einmussten. Und da wussten wir dann auch kurz vor, mit der Flinte, wenn man da hier noch ist, mit dem Grün kam, dann schieße ich es auch nicht. Aber wir haben auch ein, dort mal Anwalt, und so Hilfe dann auch erst prä, mit dem wir da rückwärts kamen. Das hättet noch einen Zweck, da kam es ein Ei ab ihm. Also wenn das auch ein Denkmalschutz ist, dann lasst du es. Dann lasst du es, ja. Da hast du ja echt was, wenn du das kaufst, entwiesst das Ei. Ne, ne, das wüsst du ja Ei. Und das war einfach, ich küsste die Ei in Wehre, du küsst alles, die weht das Ei. Und dann, wenn du die Ei holst, dann wüsst du dann aber, dann küsst du auch enteignet worden. Wow. Ja. Das wüsste ich hin, damals ja. Da wüsste ich, da wüsste ich, da wüsste ich. Da guckt bestimmt auch noch, wie die Geier, aber ich kann mir das vorstellen. Und dann, und dann haben wir da der, so geht das Gang, irgendwie alles renoviert und so. Ja, haben wir auch einen Bogen, reden bei mir, oder? Ja, Bogen haben wir einen Bogen, das händen wir ja dann auch. Hier haben wir erst Bogen Bogen, und dann haben wir Däle, dann erst angefangen. Ach so, ja. Ja, ja, genau. Und ja, es ist neu verliebt, aber das ist heute noch ein Glor. Naja. Ja, und dann können wir aber das Jahr spieren dann auch irgendwann. Ja, und dann, also wenn das Deutsch-System erst liebe ich auch Däleignisse, dann koste ein Hülle, ich habe immer vollen Lünen abhüllen. Und dann hätte ich so noch ein paar Wagen Ferien, und so, also erst eine, oh, wann hast du denn? Erst in der April-Toilette, und dann bin ich ja eine, if der Jöl irgendwann wäre ein Fond, liebe ich, in der Januar oder so. Und dann muss ja die Tadje, die ein Hit haben, und dann habe ich so ein ganz fein Baby, wie in der Kühlstündelung, dann hören wir und kicken, nichts mehr, ganz rauig, ja. Ach, wie entspannt. Ja. Dann habe ich auch mit Mama, und Tante Dina, da habe ich dann so fast, die ich mache, die wusste, und sie wusste, die hat dann Hanebruch. Und dann kam da die Tweet, ich wusste, alles ganz rauig. Und da habe ich dann, der Kühlgöttung habe, was in Töskam Tomei. Ja. Da habe ich dann, um Anzeige schaltet, der kam unter irgendeinem hölligsten Wüste. Och, und dann, und Tuffol, fange ich dann ihnen, was auch gestern, und die wusste, in Maune, Junge als Minjungs, also auch noch Gonsalat-Baby, und ihr seht was. Und hier kommen dann, Maha-Baby, Tomei, die mir haben, also ich wusste, und wach, ihr kommt dann am Rucht, oder was, dann die Tatja hieß, und dann mit Hohle, und dann, Tate wird, ich wird der, wo es von, von Zall. Also, als ich der Tweet-Biahn-Böhnfung war, dann häng ich ihn, häng ich wüsste bei Töss, was dann der Biahne versäht. Dort wuss, da wuss Luxus. Das ist ja richtig Luxus. und da wuss ein Gonsen, nach den Liewien, ja, da wuss, da wuss ein Gonsen Feind hat. Und dann, hätt ihr aber dann, efter, als dann wieder Sommerferien waren, dann hätt ihr, oh, vorbefangen, in Bjarne-Tön. Und da wuss ein Neibel in der Bjarne-Tön, in der Donche Bjarne-Tön. Und Rike wuß dann, ihr ist trieb, und dann, als ihr, Mahadea und der Bjarne-Tön in der Neibel anfängt, und Maike war dann wieder von der Tatja gepostet, von der Ollen, also angetwägt. Ja, ihr wuß dann, ihr Audehule oder sowas, ja. Ja, ihr musste dann, ihr Leser oder was, musst du ihr dann? Ja, ihr hast dann alle ein Rissen, mit dann, ab wie die Sander schafftet, auf der Rissen, zu der Bjarne-Tön. Ja, ihr könnt gehen auf den Tabern, lasst ihr mal aus, und so, mit der Latte. Und dann, und dann, und dann, und dann, nicht wie du, weil ihr da steht. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, ja, und dann, hängt dann manche Maus, was in ihnen Aude. Ja, ich finde, das ist wirklich ein Grothilf, was du den Familien drin angehst, da haben wir da, und da werden ja auch Aude, was ein, ein mehr Arbeit heben, das an der Aude, die auf den auch so noch, das, das selber aber, ja, dann, die Tät heben davor. Stimmt. Aber, ja, das, was wirklich ein Grothilf, hieß du ja noch, in aller Wagen voll her, oder? In Hewik her, ja, da ist auch immer ein Gött, ich hebe, also, ich wusste einfach nicht so, nach meinem Mann, auch schon. Wirklich ein. Also, ich habe ja auch noch Fährchen, also, oh Gott. Aber, als sie, die haben, die haben ja auch noch ein bisschen, die haben ja eine Früchte gelegen. Ja, dann, das ist blöd. Dann, die haben ja auch noch ein Oller. das ist blöd. Ich liebe auch, wenn ich, wenn ich jung gewesen bin, ich liebe auch was Treibjahne. Ja, aber, irgendwie, machen die Nerven nicht mehr mit. Ne, ich habe ja auch noch, ich habe ja auch noch ein Bild, weil ich mich auch noch ein paar Kielvertien, in der Leit-Orfins, Das hast du auch aus, ne? Ich war auch dort, die ich das erste Jahr fange. Du musst von dir jetzt nicht lesen. Ja, weil ich jetzt sehe, mein Mann wusste dort, dann hätte ich nicht lesbieren. Ja. Jaja, nur sind mehr so madde dort. Und große Stänge sind da auch eher fertig als dort. Achso, und dann wähle ich noch Frauen. Ja, du hieß hier als Lehrerin Orbit. Und hast du einen großen Verschält? Was hast du vor dort ihr? Oder wann hieß du einfach? Ja. Du musst dir entschuldigen. Ja, genau. Erzählst du mir heute aber. Ja, da hätte er mir auch was anderes. Also doch, ich liebe das sind, das sind alles Leute Individualisten. Das ist einmal so, dass ihr weh aus Klaas und weh zu hupe und so. Das ist so ein Mann, was zu tunke. Ich, 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 ich. Du lernst dann vielleicht bald höchst, um mich wieder da. Und auch da alle, da tunke. Ja. 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 Ja, da hast du eine ganze Seelschaft auch so ein Leid. Individualisiert haben. Ja. Ja, ja. Da wusstet ihr ihr, wusstet ihr auch so, der Riedmauer wüsste. Und da wusst alles so, aber da hast du ein Rissen genug so. Ja, aber es sind, ja, es sind, ja, es sind Gemeinschaften, wo es selbstverständlich, wann der im Fest wusst, dann kömmen da auch in Hülpen. Ja. 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 Ja, da kamen wir ja immer so, naja, tauchte so junge Kinder. Ja. Ja, kann das machen. Ja. Ja, da hätt ich gesagt, unter der Schildjumann auch ism wat neis Breiv, da kust du auch ism a ni jasklas on a wucht. Da habe ich noch Allermachen, ich habe all den Zeit, und ich habe... Ich habe inside Wallegai Konegei. Oder Wallegai, ich habe was hier. Gegenruhrte Tustik im Allermachen. Und dann habe ich gesagt, ja, guck, hier ist ein Brähe. Habe dann ihr Brähe, und ich habe gesagt, und ich habe gesagt, wo ist das so? Also, meine Lieberwannstrade Vierter Viertel sein und ein Pubertär in Löck. Echt? Der guckt weder mal an, erst mal der Latte. Witzig. Boah, diese ganze Latte-Krone hier nix. Das wird ja alles von Teile. Das habe ich auch gewusst, aber ich kann dann hier interpretieren. Out of the comfort zone. Kann man ja mal machen, aber dann ist auch gut. Ja, du hast doch so ein Bjarne-Tön-Orbet oder ein Praktikum gebaut oder was? Ja, ich habe das Studium gleich. Da habe ich auch gemerkt. Bjarne-Tön, das ist auch nichts von mir. Das habe ich auch gemerkt. Und in Referendariat habe ich auch das Grotterin. Ja, ich habe 5. Klasse und dann 5. und 8. Klasse. So, und du warst ja in Rentein. Ja, ich habe auch immer mehr. Erst noch Überstunden abgebaut. Ja, ich war noch in Februar, dann war ich noch ein paar Ausstunden. Und dann im nächsten Februar war ich dann offiziell Rentnerin. Ja, ein Haaschen, so in der Orden. Ja, da wusste ich immer so ein Leitersferien. Als ich nur hier das dann auch wieder Haaschen habe. Und ich habe wieder in der Orden. Ich habe auch gesteckt. Ja, das ist nett. So ein Tautri-Waage-Ton. Das ist doch schön dort in der Wald. Wie geht der? Ach nee, du testest ja gar nichts. Du testest ja gar nichts. Das ist schön, ne? Aber ich war noch in der Maune, da habe ich noch so einen Pfosten dort, wo man die Böcke-Bus kam von Pflanzburg. Ja. Dann musste ich die Schole-Bibliothek haben, und fang da unten dort bei mir an. Mit der Klau-Waage an, weil ich meine Böcke geliehen habe, von dem Böcke-Bus. Und dann habe ich gesagt, mal unten wieder, dann kam ich unten mal dort, die Day, und dann, jetzt hatten wir die Lera-Dörnschen, dann fuhr ich auch noch ein Leitmal, weil die so Lüser sind schön. Ja, das ist gut. Ja. So ein bisschen von außen ein Kuss. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ist ja auch schlimm. Und dann... Fertig. Und dann bin ich wieder da. Ja, dann bin ich wieder drin. Ganz gut. Ja. Ja, und hier hast du Projekte vor den Renten, Hobbys oder sowas? Ist nicht irgendwas vor und damit? Ja. Ja, ich habe diesen Vormann, ich meine irgendeine, wirklich ein paar Jahre so, und habe ich diesen so beruchten, vielen sind, und ihnen war alles so als Au-Pair unterwegs, was Granny Au-Pair, und dort. Aha. Und dann finde ich das interessant, ich finde das hier, das haben wir doch gar nicht. Ich habe hier als Jungfrau, hier habe ich dort ein Maut, wenn ich auch Au-Pair bin, habe ich auch Maut und so, ich bin auch in Deutschland gegangen, und dort tut die Küche dann vielleicht und alle noch ist ein Breiwe. Und dann, ja, habe ich dann auch alle zu den Ederhofen, und dann kam ich hier näher, und dann habe ich auch noch im März, liebe Gärling, wo sie dann tun so ein Seminar in Hamburg, so eine Waageinie, wir haben das dann auch nicht so alles verklaut, oder was wir dort zuvor haben, und eben wusste dann auch ihnen, was dort Maut hat, was dort verteilt hat, und wir haben diese Teen-Wüste, da war so ganz natt, und dann habe ich dort die alten Ederhofen, und dann habe ich mir jetzt vor ein paar Tage, habe ich mir dann offiziell angemeldet, dort kostet dann auch so einen Mitgliedsbeitrag, da seid ihr frohlich, und dann kostet dann ihre Plattform der Rindkicke in der Familie. Ja. Ja, natürlich, für den Land Hartklumpfängers, aber ich habe mir, heute leckst du noch ein, durch die Glühskammer, ne, wie der Rindkicke, und ich tue ja so, ah, was steht denn ja, das sind ganz manchen, was in Amerika sagt, also ich war in Europa, bleibe ich ja sitzen, da wusste mich nicht so doll. Und da habe ich ein paar, in der Schweiz sind ein paar Familien, in der habe ich eine Tau einschreiben, aber ich habe mir auch gesehen, da sind manchen mehr, äh, viele mehr, äh, Granny Au-Pairs als Familie. Ach so. Also ich liebe das, ganz einfach, dass die dann auch nahmen. Mhm. Also die sind, die sind, die sind verhüllt, das stimmt ein ganzer, das schlussende, wenn die der Lastmord passt, also, dass die einste Mann in der Familie sind, als die wüssten, was in die Halles waren. Ach so, ja, das konnte ich ja gelesen. Ja. Ach so, bei der, bei der Au-Pair-Funde, hast du auch so, wie ist das derart? Das weiß ich gar nicht. Ich blieb bloß, dass der Samfund der Familie, da haben wir dann auch, äh, 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 du bist ja dann ja auch vor der Vianetur stand, ja, du bist, also, du bist eben Au-Pair. Ja, also, äh, 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 just, if das Schäu warst, just, if das Orwell warst. Ja, ja, du probierst dann ja auch bei ihr, und, ja, hoffentlich im Deal von der Familie, ja, äh, 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 das stelle ich mir dort ja auch vor. Ja, in der Ihnen-Familie, was ich mir anschrauben habe, habe ich dann, da stelle ich mir auch vor, ich liebe Taubjahne, dann stelle ich mir auch etwas vor Sprecken, dann steht eben Muttersprache Deutsch, liebe ich, und Englisch sehr gut, und Muttersprache Dänisch. Also, ohne von der Biese, ich wird einfach ihr Mamm oder die Tate erst dann gedanscht, in der Burg in der Schweiz. Ach, witzig. Und der Tuch, die geht mit, das passt, ja. Dann habe ich gerne schrauben, dort immer mehr Sprecken, dann mache ich auch abwachsen, dann ist hier ein Vordel und so, und der kann ich ja hier mal Hilfe oder unterstützen, mit der Deutsch, ich bin ja auch Deutsch gut, naja, dann ist es hinweg, da haben wir ja mal, ja, das wäre ja witzig, ne? Ja, das wäre ja witzig, die haben ja so ein Alleinstellungsmerkmal für mich gepflegt, sondern da ist ein Mann, ich werde nur das Deutsch gut, aber wann ich wiedergehe, wie wichtig ihr dort finde, vielleicht bin ich ja dort auch ganz unwichtig, aber wann ihr dort, dann wusstet ihr, was passiert. Aber dann hängen ja dort ja was ein Schrauben, oder? Wie die geil, wenn die Sprache Dänisch, als sie in der Schweiz, als sie vorher, sie warst als Frasch, so Geheimsprache, Ja, ja, ja. Dort sind oft die Familien, sagst du, was dort vielleicht auch präzelt, wenn wir mal Jungere, in der also ganz weit sind? Ja, das haben wir dort auch noch ganz präzelt, also so ein Familien, mal, meistens mal Latteribianer, so, Taufjahr, 6, 8, so, was noch ein, so, und wer dann bis, so, auch Arbe, und was die dann, so, als Management sind, Leitbrücke, auch, wenn von Schall aufhauen, und zu Sportkern, also, da steht auch ein Führer, und da steht auch Hebe, bei der Morsche, also, stundt ja dann, zwei Samen, vielleicht sogar ein Autostall, und, also, Jung gegen Alt, so zu sehen, also, die waren, so, Junge, fuhmendisch, haben wir, was Fohles, sehten, so, und so, und so, und so, und dort Ei, und, hm, und bei der Ollere, hast du vielleicht, mit der Hebe, auch, so ein Vorstalling, von den Larven, also, weil, bist du, da hieß die, in der Ollenleit, war ein Einer Ding, und, ähm, da hast du vielleicht auch, also, ganz einfach, der, vor der Familien, dann so, noch zu heben, weil, ich weiß, ich will, viel Bjarne Grotting, ja, weil, da heben wir auch, an dem Seminar, in Hamburg, da sehe ich ihn, und ich wusste, ja, wo ist in Japan, oder was, also, also, wie gut, ich sehe, und dann sehen, aber, du baste, ja, as gehst, nee, ich wusste in Amerika, und, da äten eben, Fastfood, und so, und, das ist dort eben, und so, die haben schon, so ein Lave, oder so, dann, hast du, so, da ähse dort, und, dann, du baste, ein so, inrebellierend, so, da baste, nur ein paar Mauner, in der Maun, die dort, alles noch alles an, dann, der schilder, die da mal öffnen, in der Tonke, und, flieht, auch, so, mit Problemen, hier, wie wir dort tun, aber, da schallt ihm dann, ja, und telefoniert, ja, vorige Mal, ja, ja, wie dort, wie dort, wie dort, wie dort, wenn das, ganz, auch, das, Tonke, und, so, glich, dann, 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 das, auch, ein Mauner, aber, das, passt eben, ein, der, vor dir, am, Jahr, was, beizubringen, also, das, so, die, 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 fähige, und, Jahre, Familienkonstrukt, so, ja, das, mauner, ein, ja, ja, eine WhatsApp-Flose, also, die, haben, noch niemals, was, du, Lüse hast, aber, das, eh, noch, all, man, muss, erst mal, ankommen, ein, glich, luise, ich, to, die, also, wey, glich, luise, und, dann, also, bei der, grannis, so, per, so, 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 ein, e, e, ja, sam, wan, hol, so, 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 on, Das ist aber spannend, ich finde das total spannend. Ja, jetzt ziehen wir das Wort. Aus, riesig, noch ein Leid, am Beißen, Urlaub im Gespräch. Wer warst du? Ich wusste Kreta, der wusste fein warm. Ja, bei Ströngladen, Cocktails trinken. Ah, cool. Ja, du bist immer mit ein bisschen Funde. Ja, da haben wir auch einen Foto schnacken. Ein Thologen. Der wusste noch gar nicht, was wir bei den Nochterzetten kommen. Und nun von Edernse. Ihre Familiengeschichte interessiert mich. Die können so ein bisschen leiser reden. Da ziehen wir mit dem Schwiegersahle. Und die sagen so, Lud. Ja, aber wie ich freue, ist auch ein ganzes Spurs. Ja, die Mord, die muss ganz außerhalb. Ja, das ist doch gut. Urlaub mit den Kindern. Schön. Richtig gut. Ja. Ach so, wenn mein Mann hätte vertreten. Ja. Wenn, endlich nur in Kanada. Ach ja. Ja. Weil das Reise ist ja das Thema für eine Rente. Ja. Ne, wie gesagt. Ach, maun, da schal ich irgendwie Haare nicht. Ach, du schande. Ja, aber ich wusste dann, in September wusste ich in Ungarn. Genau. Gau ist so ein Minderheitengedöns. Dann wusste ich in Oktober, in Kreta. In der Zeit, wo die Haare so schalte, da teilt auch. Ja. 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 Ja, das ist auch verreisen. Ja, das ist auch verreisen. Ja, das ist auch verreisen. Das ist alles ein bisschen stressig auch für Haare. Ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020